Jetzt kommt die Mutterkuh, die richtig große Leitkuh. Steht da einfach in Ruhe da und wartet. Diese Kuh, der eräutert, das ist schon recht voll und von Mutterkuh auch. Da könnt ihr dann Milch herausholen, wenn ihr es könnt. Und da kommt die nächste Kuh mit der Riesenglocke, mit einem gemolkenen Euter, einem kleineren Zee. Mutterkuh. Und von diesem Geläute werdet ihr dann am Morgen geweckt. Und die Kuh kommt immer so um acht, jetzt wird es aber tragisch, die kommt ja wirklich her. Eine liebe Kuh, auch wenn es eine große Kuh ist. Und sie sind sehr neugierig, diese Kühe. Sie wollen alles erfahren und erforschen. Okay, und jetzt, ja, da tun sie sie wetzen an den Balken und die machen sie auch manchmal kaputt. Ja genau, super. Da juckt sie ein bisschen, der Kuh. Aber sie kann sich ja kratzen. Und. 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 Und.